Soll ich erhöhen oder lieber passen? Was denken Sie, Tobi? Nein. Wie steht's mit Infektionen? Das vermuten wir. Eine zerebrale Infektion würde die Schmerzen erklären, kann das Potz verursacht und wenn's ein Pilz ist, ins Herz gestreut haben. Ich sprach eigentlich von Ihnen. Haben Sie Ihren Lümmel in die Tüte gesteckt? Darf ich mich kurz erkundigen, was Sie das angeht? Ein unkonzentrierter Mitarbeiter arbeitet nicht konzentriert. Und das Zerstören meiner Ehe fördert meine Konzentration? Schon möglich. Machen Sie eine LP mit Liquor-Analyse. Ich spreche immer noch von Ihnen, aber tun Sie's ruhig. Auch bei den Patienten, wenn Sie wollen.